Guten Morgen, ich habe etwas die undankbare Aufgabe, heute die bürokratischen Paragraphen zu reiten, das heißt also weniger bunte Bildchen, aber ich gebe mir Mühe. Ich denke mal, ich bin in der Pyrolyse-Szene einigermaßen lang unterwegs, dass ich zumindest mal das eine oder andere Genehmigungsverfahren mit begleiten durfte. Von dem her ist das hier an der Stelle etwas schwierig. Schwierig, warum? Die Bundesemissionsschutzverordnung versucht natürlich einen Rahmen zu setzen, mit dem man jegliche Arten von Anlagentechnologie irgendwie irgendwo einsortieren kann. Jetzt gibt es immer irgendwelche Fälle, Spezialfälle. Ich bin mal gespannt auf Ihre Fragen nachher. Von dem her, wie fängt denn eigentlich das Ganze an? Das Ganze fängt meistens eigentlich mit dem, I want it all. Ich habe da was in meinem Hof, in meinem Garten irgendwo gefunden, damit kann ich jetzt was Tolles machen. Zum Beispiel Pyrolyse, Marcel Huber, wo ist er hin? Kommunales Wald, Restholz, kommunale Straßenbegleitgrün. Jawohl, das nehmen wir jetzt und machen dort eben Pflanzenkohle draus, Wärme und Strom. Aber dann geht es erst richtig los. Dann geht es erst richtig los. Dann hat man erstmal einen Standort zu definieren. Wir haben den Brennstoff zu definieren. Wir müssen die Wärmenutzung, das ist tatsächlich das Thema schlechthin. Ich sage in der Pyrolyse-Technologie, was ist das Wichtigste? Die drei wichtigsten Faktoren, Standort, Standort und Standort. Das Wärmenutzungskonzept muss passen, ansonsten passen die Wirtschaftlichkeitenmodelle nicht. Das heißt also, wir gehen weiter. Pflanzenkohlenqualität, was machen wir damit? Bei welchem Einsatzmaterial? Ich sage jetzt einfach mal Positivliste EBC. Bei welchem Einsatzmaterial kommen wir zu welcher Pflanzenkohle? Wo können wir eigentlich die Pflanzenkohle einsetzen? CO2-Zertifikate generieren? Sie merken also, da hat man schon mal ein bisschen was zu tun. Dann steigen wir ein in die Planung, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit etc. Und dann kommen wir jetzt zu diesem wirklich unleidigen Thema. Das unleidige Thema, nämlich der Genehmigung. Bis dahin war eigentlich alles immer recht schön, weil man hat so immer den Strauß, den Blumenstrauß. Es ging immer weiter, alles gut und auf einmal muss alles freeze. Jetzt muss alles passen. Und da tut man sich natürlich ziemlich schwer, weil man bis davor in der Planungsphase tatsächlich noch Variabilität drin hat. Aber ab diesem Zeitpunkt ist die Variabilität in Ihrem Projekt nicht mehr gegeben. Und ab da müssen Sie quasi, entschuldigen Sie bitte, aber da müssen Sie dann die Rosen runterlassen vor irgendwelchen Leuten, die nicht mit dem Gedanken bei Ihnen sind, sondern die ganz einfach sagen, hier sind meine Paragraphen. Wenn wir das dann durchgestanden haben, dann gehen wir in den Baureihen, Baubegleitung, Bauüberwachung, das ist dann auch so ein Thema, was wir noch mit betreuen. Und dann natürlich gehen wir in die Inbetriebnahme. Bei einer Genehmigung, wir reden immer, nicht immer, bei größeren Pyrolyseanlagen, Schrägstrich Vergasungsanlagen, Verbrennungsanlagen, durchlaufen wir ein sogenanntes Bundesemissionsschutz, also ein emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren. Das regelt das Bundesemissionsschutzgesetz. Das Bundesemissionsschutzgesetz hat natürlich, ich sage mal, Schutz der Umwelteinwirkungen Ihres Projektes auf die Umwelt, auf die Natur zum Ziel. Das macht Sinn, das ist klar, das ist verständlich. Wo kommt das eigentlich her? Alle erinnern sich, 70er Jahre, saurer Regen, da kommt das eigentlich her. Ich glaube, das Bundesemissionsschutzgesetz wurde verabschiedet, das erste 1974. Und es ist interessant, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich über eine ähnliche Geschichte heute wieder reden. Nur dieses Mal ist es CO2 und nicht SO2. Spannend. Was passiert dann, wenn Sie dann eben reingehen in diese BMG, finden Sie genehmigungsbedürftige Anlagen. Da gibt es dann unterschiedliche Verordnungen dazu in diesem, ich sage mal, Gesetz oder zu diesem Gesetz. Und in diesen genehmigungsbedürftigen Anlagen finden Sie dann auch Ihre unterschiedlichen Anlagentypen. Das können Trockner sein, das können Kokereien sein, das können, keine Ahnung, Biogasanlagen sein. Also da sind wirklich einige Anlagen drin gelistet. Genehmigungsverfahren nach BMG können durchaus anspruchsvolle Verfahren sein. Bisher ist es tatsächlich so, dass wir mit unseren Anlagen im Normalfall in einem vereinfachten Verfahren uns befinden. Was würde das bedeuten, wenn wir eben nicht in einem vereinfachten Verfahren uns befinden? Dann haben wir mit, ich sage mal, Bürgerbeteiligung, mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu tun. Dann sind wir quasi in einem Genehmigungsverfahren wie die Windkraftanlagen. Und da brauche ich Ihnen nicht erzählen, wie lange die Genehmigungsverfahren dort laufen. Bei uns in Baden-Württemberg immer ein bisschen länger als, ich sage mal, im nördlichen Teil von Deutschland. Deswegen haben wir auch einfach weniger. Und da gehen wir jetzt aber mal so langsam dran. Gut, ich hatte Ihnen jetzt gesagt oder erklärt, wie denn eigentlich so ein Projektablauf stattfindet. Vielleicht nur ganz kurz. Sie sehen jetzt hier nochmal aufgedröselt die einzelnen Schritte. Für mich wichtig ist eigentlich bei der Antragserstellung. Bis dahin muss soweit eigentlich alles klar sein. Zeichnungen müssen da sein. Sie müssen schon die Entwurfsplanung durchlaufen haben. Es muss eine Energie- und Massenbilanz da sein zum Beispiel. Und jetzt komme ich noch darauf zu sprechen. Eine bundesemission, also eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung bezieht sich nicht auf die Anlage. Sie können also nicht eine Anlage sich genehmigen lassen an einem Standort, die wegtragen und an einem anderen Standort. Haben Sie ebenfalls diese Genehmigung? Nein. Diese Genehmigung bezieht sich auf einen Standort. Das heißt, dieser Standort wird untersucht und an diesem Standort müssen Sie dann auch zusätzliche Schallgutachten womöglich noch vorlegen. Gutachten zur Luftreinhaltung, Geruchsgutachten, wenn Sie eben trocknen. Je nachdem, was für ein Einsatzmaterial Sie verwenden. Sie haben womöglich tatsächlich AWSV. Die Biogasanlagenbranche kennt sich damit aus. Und, ganz wichtig, Brandschutz. Brandschutz ist natürlich ein Thema, ich sage immer so, für unsere Auftraggeberschaft, es macht Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist sinnvoll. Also man darf das auch nicht alles immer nur als Hürde sehen und als zusätzlichen Aufwand, sondern es ist auch tatsächlich ein Schutz für Sie selbst, dort in dieses Thema Klarheit hineinzubringen. Gut, im Prinzip unten drunter sehen Sie, wir reden hier über sechs bis neun Monate. Das Ganze kann dann in zwei unterschiedlichen Verfahren stattfinden. Das sehen Sie hier, ich hatte schon darüber gesprochen. Entweder in einem vereinfachten Verfahren oder eben in einem förmlichen Verfahren. Der Unterschied ist eben zum Beispiel mit Öffentlichkeitsbeteiligung, aber auch die Prüfdauer der Behörde. Das bedeutet, wenn Sie in einem vereinfachten Verfahren unterwegs sind, können Sie, sofern die Genehmigungsbehörde die Vollständigkeitsprüfung positiv Ihnen bescheinigt hat, ab diesem Zeitpunkt läuft eine Phase eben von entweder drei Monaten, bis Sie im Prinzip Ihren Genehmigungsbescheid vorliegen haben, oder sieben Monate in, ich sage mal, dem förmlichen Verfahren. Jetzt ist es natürlich so, dass auch hier in diesen Verfahren womöglich zusätzlich nachher noch irgendwelche Nachforderungen gefordert werden können. Das heißt, diese Zeiträume können durchaus gegebenenfalls länger werden. So Genehmigungsbehörden sind meistens nicht gut personell besetzt. Das heißt, Sie können nicht unbedingt darauf hoffen, dass Sie hier einen regen Austausch haben. Und es kann durchaus sein, dass Sie einfach gar nichts hören und die drei Monate einfach verstreichen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich werde da nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich wurde gebeten, wie kann man im Prinzip Genehmigungsverfahren beschleunigen. Da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Gut, ich hatte schon darüber gesprochen, wir haben ein vereinfachtes Verfahren oder ein förmliches Verfahren. Da will ich jetzt nicht nochmal tiefer drauf einsteigen. Dieses vereinfachte Verfahren ist tatsächlich, ich würde sagen, 80%, 90% der Anlagen, die ich bisher betreut habe im Genehmigungsverfahren, sind nach einem vereinfachten Verfahren genehmigt worden. Ich muss dazu sagen, üblicherweise beschäftige ich mich eher mit Abfallmaterialien für die Pyrolyse und eher nicht mit reinen Hackschnitzeln. Das ist so ein kleiner Unterschied nachher noch. Die Abhängigkeit von der Art und insbesondere von Auswirkungen der Anlage auf die emissionsschutzrechtlichen Schutzgüter sind dann eben zu untersuchen. Einordnung der Verfahrensart erfolgt im Anhang 1, Spalte C, der vierten BIMSCHV. Die vierte BIMSCHV, das ist die Bundesemissionsschutzverordnung, regelt die genehmigungsbedürftigen Anlagen und dann eben, welche Verfahrensart muss dann eben eingeschlagen werden. Dort wird das eben geregelt. Jetzt die große, große Frage. Wie läuft denn eigentlich ein Genehmigungsverfahren ab? Was muss denn so ein Antrag? Das wiederum regelt die neunte Bundesemissionsschutzverordnung. Und dort ist im Detail aufgelistet, was dann eben gemacht werden muss. Die Gliederung eines solchen Antrags ist immer das Gleiche. Rein prinzipiell eigentlich einfach. Es ist nur immer wieder diese Prüfung an dem Standort, diese Anlagentechnik auf dem Standort klar zu definieren und quasi die ganzen Nachweise zu bringen. Das ist eigentlich das, was so viel Zeit kostet. Jetzt ist es nicht so, dass wir immer nur neu bauen. Meistens hat man wahrscheinlich schon irgendwo mal eine Anlage stehen, ein Standort ist schon entwickelt und man denkt sich, jetzt habe ich ja schon mal irgendwie eine Energieerzeugungsanlage, dann stelle ich doch eine Pyrolyseanlage dazu. Das machen Sie mit einmal Änderungsgenehmigung. Die Änderungsgenehmigung kann auch wiederum in zwei unterschiedlichen Arten ausfallen. Die Änderungsgenehmigung, entweder Sie modernisieren nur und Sie haben keinen zusätzlichen Impact auf die Schutzgüter, dann können Sie das durchführen mit einer Änderungsanzeige. Das ist tatsächlich relativ einfach. Ich gehe jetzt einfach mal zum Beispiel. Gerald, du willst einen Wärmetauscher ändern, dann geht das über eine Änderungsanzeige. Einfach zwei Seiten wunderbar hinschicken, relativ schnell. Wenn wir allerdings zusätzlichen Impact auf die Umwelt haben, dann müssen wir eine Änderungsgenehmigung machen. Das ist dann eben nicht mehr so einfach. Das ist schon tatsächlich wie fast einen Genehmigungsantrag schreiben. Sie sehen hier die maximalen Zeiträume für eine Neugenehmigung und für die Änderungsgenehmigung. Das ist das, was ich so meine. Die Änderungsgenehmigung hat das tatsächlich echt in sich. im vereinfachten Genehmigungsverfahren dieselben zeitlichen Abläufe. Allerdings ist es recht spannend, wenn Sie einen Genehmigungsantrag einreichen, dann muss die Behörde diesen Genehmigungsantrag bearbeiten. Das heißt also, auch hier haben Sie Rechtsanspruch auf Genehmigung. Eine Genehmigungsbehörde darf nicht sagen, bearbeiten bin ich. Das gibt Ihnen auf jeden Fall Sicherheit. Gut, Verordnung über die genehmigungsbedürftigen Anlagen. Hier in dieser vierten BIMS-V werden eben die Anlagentypen sortiert, kategorisiert und dann auch unterschiedlich einsortiert. Die Ausnahmen von der Genehmigungsbedürftigkeit, das wird jetzt die Hochschulen hier, aber das wissen die meisten Hochschulen auch schon, wenn das eine ortsveränderliche Anlage mit dem Fokus auf Forschung ist, dann bedarf diese Anlage keiner Genehmigung. Die Genehmigung ist dann erforderlich, wenn eben ein Betrieb am Standort über zwölf Monate, also mehr als zwölf Monate eben geplant ist und dann eben auch die Nutzung zu gewerblichen Zwecken vorliegt. Ausnahmen, die Anlagen von wissenschaftlichen Unternehmungen, Forschung, Entwicklung etc. Konzentrationswirkung, das bedeutet so viel, ein emissionsschutzrechtliches Verfahren subsummiert auch den Bauantrag. Das heißt, Sie müssen den Bauantrag nicht separat stellen, sondern in einem emissionsschutzrechtlichen Verfahren können Sie den Bauantrag mit integrieren, müssen Sie mit integrieren, denn es werden alle Dezernate hinzugezogen, um eben, ich sage mal, wasserrechtlich, baurechtlich, emissionsschutzrechtlich, abfallrechtlich, das wird alles mit reinbezogen in das emissionsschutzrechtliche Verfahren und wird gesamt geprüft. Wie läuft dann eben dieses Genehmigungsverfahren nach der 9. BIMSCHV ab? Das heißt, diese 14 Kapitel können Sie im Prinzip, so machen wir das tatsächlich in unserem Ingenieurbüro, da ist immer das Gleiche, einmal die Register durch und dann wird immer aufgefüllt. So wird bei uns gearbeitet, im Prinzip immer das genau Gleiche und wird für jeden Standort einfach separat und für jede Anlagentechnik separat geprüft. Es gibt dann noch ein paar Anhänge, da brauche ich nicht im Detail drauf eingehen. Was sind die relevanten Verordnungen bei Pyrolyseanlagen, Vergasungsanlagen, Verbrennungsanlagen? Die 1. BIMSCHV, die 1. BIMSCHV regelt eben, ich sage mal, Kleinfeuerungsanlagen, das ist nichts anderes als Ihr Holzofen, Ihr Pelletofen, Ihr Öl, Gasofen im Keller, das regelt die 1. BIMSCHV. Die 4. BIMSCHV, darüber hatte ich gerade eben schon gesprochen, die regelt eben die genehmigungsbedürftigen Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz. 17. BIMSCHV, diese habe ich ganz bewusst durchgestrichen, weil oben drüber sehen Sie Pyrolyseanlage. Eine Pyrolyseanlage ist per se keine Verbrennungsanlage, auch wenn Sie Klärschlamm einsetzen. Das heißt also, die 17. BIMSCHV hat zum Ziel eine vollständige Oxidation des Abfalls, also eine Entsorgungsanlage. Das ist eine Pyrolyseanlage nicht, wenn wir Klärschlamm einsetzen, denn wir haben im Fokus den Nutzen von Kohlenstoff als auch eben von Phosphor aus diesem Material. Die 44. BIMSCHV ist nichts anderes als die Harmonisierung der europäischen Emissionsverordnung hinsichtlich Abgase. Die ist eben relevant, wenn Sie größere Anlagentechniken bei sich dann planen. Und dann müssen Sie eben diese dort aufgelisteten Emissionsgrenzwerte einhalten. Zusätzlich findet für Sie auch immer noch die technische Anwendung bzw. TA Luft und TA Lärm wird für Sie dann auch immer wieder relevant. Und worauf Sie sich ebenfalls tatsächlich stützen können, wäre die VDI 3933, Emissionsminderung, Erzeugung von Biomassekarbonisaten. Diese zeigt tatsächlich einen solchen Entscheidungspfad auf. Hier könnte man im Prinzip jetzt die Fragestellung Einsatzstoffabfall ja, nein. Das müssen Sie für sich selbst, für Ihr Projekt selbst beantworten. Das kann ich vorab nicht für alle. Ich gehe jetzt einfach mal zum Beispiel Abfallstoff ja, denn ich halte die Pyrolyse durchaus, ich sage mal, dann relevant, wenn wir Abfallstoffe einsetzen. Dann Durchsatzfrage, jetzt merken Sie, jawohl, es geht immer um die stoffliche Kategorisierung. Abfall, ja, nein. Und dann immer Mengengerüst. In diesem Fall, wenn wir jetzt kleiner 3 Megagramm, also Tonnen pro Stunde gehen, dann stellt sich noch die Frage Altholz A1 oder A2. Man könnte natürlich mit einem Altholzverwerter ins Gespräch gehen und sagen, ja, warum nicht? Und dann kommt man hier zur Leistungsabfrage. Wie groß ist denn nachher eigentlich die Anlagengröße? Thermische Leistung. Und hier sind wir dann größer, ich mache jetzt nur ein Beispiel, ein Beispiel durch, größer 1 Megawatt, dann sind wir bei der 8115 zum Beispiel. Diese 8115 Nummer, diese Nummer finden Sie jetzt in der vierten BIMSCHV und da steht dann drin, jawohl, Sie können ins vereinfachte Verfahren zum Beispiel und was Sie sonst noch alles zu berücksichtigen haben. Ja, es gibt immer wieder so die Frage, da kam sie schon, thermische Leistung, Brennstoffleistung, was ist es denn jetzt nun? Es ist unterschiedlich tatsächlich. Das heißt, wenn Sie als Einsatzmaterial einen Regelbrennstoff nach 1. BIMSCHV haben, dann müssten Sie unter § 2.6 der ersten BIMSCHV nachlesen, Feuerungswärmeleistung ist auf den unteren Heizwert bezogene Wärmeinhalt des Brennstoffs. Das heißt also, hier wird auf den Energiegehalt des Brennstoffes bezogen. Das bedeutet, 1. BIMSCHV, Regelbrennstoff, ich sage mal Ihre Heizung zu Hause, Brennstoffseitig, weil diese erste BIMSCHV geht um Verbrennung, da kommt sie her. Das kann man nicht anders definieren, denn Öl, Gas etc. pp. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass Sie durch die vierte BIMSCHV über Pyrolyse, kommen Sie zu Anhang 1, Nummer 1, 14, 3, 2 in der vierten BIMSCHV da dazu, wenn Sie einen Regelbrennstoff einsetzen, Anlagen zur Vergasung, mit dem Ziel zur Produktion von Holzgas und einer Produktionskapazität eines Gases mit einem Energieäquivalent von einem Megawatt. Hier beziehen wir uns also nicht auf den eingesetzten Brennstoff, sondern auf einmal auf den Energiegehalt des Gases, was wir weiterverwenden wollen. Das bedeutet, das ist alles, was für Sie relevant ist, wenn Sie einen Regelbrennstoff einsetzen. Anders, wenn Sie einen Abfall einsetzen. Das wäre ja zu einfach, wenn alles gleich wäre. Wenn Sie einen Abfall einsetzen, dann sehen Sie hier unten, ich hatte es gerade eben schon in die Richtung, hatte ich sie gerade schon gelotst, beim Abfalleinsatz, vierte BIMSCHV und dann sehen Sie nach 8.1.1.4, sofern wir kleiner drei Tonnen Durchsatz pro Stunde haben, dann kommen wir hier auf einmal zu einer massenbezogenen Einsatzbegrenzung des Brennstoffs. Das heißt, wir haben tatsächlich Original, Originalsubstanz, Originalsubstanz. Das interessiert hier nicht. Da ist nichts mit TS bezogen, Frischmasse. Gut, also Sie sehen, es gibt drei unterschiedliche Bezugsgrößen für die Definition, wo geht es denn eigentlich hin? Hier nochmal ganz kurz, so sieht dann zum Beispiel ein Auszug aus der vierten BIMSCHV aus, oder kann aussehen. Sie sehen eben hier diese unterschiedlichen Nummern, zum Beispiel 8.1.1.3, 8.1.1.4, das sind Abfallbehandlungsanlagen, thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolysevergasung oder eine Kombination da draus, und zwar von 0 bis 3 Tonnen pro Stunde. Hier steht jetzt, wenn Sie natürlich, ich sage mal, das Ziel haben, eine Verbrennung durchzuführen, dann bin ich ganz d'accord, dann gehen wir in die 17. BIMSCHV. Das ist eigentlich im Prinzip die Verordnung, die, ich sage mal, Abfallverbrennungsanlagen bedient. Das ist nicht unser Thema, hier das V in dieser Spalte steht für das vereinfachte Verfahren und Sie haben allerdings eine allgemeine Vorprüfung der Umweltverträglichkeit durchzuführen. So, das ist jetzt schon wieder ein neues Schlagwort. Jawohl, auch das muss gemacht werden. Sie müssen im Prinzip schauen an dem Standort, wie hat Ihr Projekt einen Impact gesamt auf die Umwelt. Das müssen Sie vorab prüfen und wenn Sie das dann bestanden haben, ich sage jetzt mal, mit unseren Materialien, die wir einsetzen, bestehen wir diese Vorprüfung im Normalfall, da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Da geht es tatsächlich eher um, ich sage mal, Abfälle, Restmüllabfälle etc. pp. Wir haben da bei uns eigentlich in den Projekten weniger Komplikationen damit. Ja, jetzt nochmal vielleicht ganz kurz die Zeitschiene, Meilensteine. Die Meilensteine hatte ich Ihnen vorher schon dargestellt. Unten einfach mal die Timeline. Manche Leute kommen zu mir, haben diese I want it all Idee. Ja, und dann setzen wir uns zusammen und dann sage ich, ja, wie weit bist du denn eigentlich? Und skizziere diese Timeline. Da gibt es manche Menschen, denen klappt dann der Kiefer runter. Und es gibt manche Menschen, die sagen, ja, alles klar. Aber wir müssen uns darüber unterhalten. Das ist einfach, darüber müssen wir, also das können wir nicht großartig verkürzen. Denn alles braucht seine Zeit. Wenn Sie eine richtige Planung haben wollen, damit Sie nachher auch eine, ich sage mal, rechtssichere Genehmigung haben oder erhalten können, dann braucht das einfach seine Zeit. Oder Sie haben, keine Ahnung, unten im Keller drei Zeichner und zwei Ingenieure, die rund um die Uhr für Sie arbeiten. Das werden die wenigsten von Ihnen haben. Aber auch wir haben irgendwie, wir brauchen auch unsere Zeiten, um quasi ordentlich die Arbeit abzuliefern. Von dem her brauchen wir vorne einfach in der Planung ein bisschen Zeit. Wir brauchen für die Genehmigung ein bisschen Zeit. Und natürlich braucht man dann auch für Bau und Inbetriebnahme etwas Zeit. Jetzt eine Komponente natürlich an der Stelle habe ich vergessen. Die man hier im Prinzip auch nochmal oben drüber setzen kann. Das Ganze muss irgendwie finanziert werden. Und das ist ein Spagat in einem Projekt. Jedes Mal. Finanzierung, Planung, Umsetzung, Anlagentechnik. Das Ganze zu handeln. Genehmigung. Da glaube ich, braucht man in roten Faden jemanden, der das kann, der das schon öfters gemacht hat, um da auch möglichst zügig durch alles durchzukommen. Und ich denke mal, da können wir Sie beraten, aber wir können Ihnen auch nicht alles abnehmen. Also mit den Finanzierungsfragen, da brauchen Sie einfach auch starke Partner. Ja, ich wurde gebeten, mal darzustellen, wie kann man das beschleunigen? Was gibt es für Punkte? Wo sehe ich, ich sage mal, Möglichkeiten zur Beschleunigung des Verfahrens? Im Sinne natürlich für unseren Klimaschutz, den wir vor uns haben und den wir auch betreiben wollen. Ich meine, uns rennt die Zeit davon. Sind wir mal ehrlich. Wenn wir weiter in diesem Tempo vorangehen, habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Digitale Antragseinreichung. In manchen Behörden ist das möglich. Das funktioniert ganz gut. In Hamburg haben wir das zum Beispiel ganz gut hinbekommen. In Hessen haben wir das ebenfalls ganz gut hinbekommen. Aber es gibt tatsächlich in Bayern immer noch Landratsämter, die tatsächlich Papier wollen. Unvorstellbar ist aber wahr. Vorzeitigen Baubeginn ausweiten und erleichtern. Das Einreichen von Unterlagen soll mit dem Bau bereits begonnen werden dürfen, ist bisher nicht der Fall. Das wäre ein pragmatischer Weg, wie wir quasi mit der Einreichung der Genehmigungsunterlagen, hallo, wir wollen etwas bauen, schon sagen, jawohl, wir legen jetzt los. Denn der Bau ist nicht nur irgendwie sich eine Anlage kaufen, Stahl, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik. Sie müssen ja erstmal womöglich eine Straße bauen, irgendwo ein Fundament machen, Tiefbau, da muss irgendwie Infrastruktur hin. Das muss ja erstmal alles gemacht werden. Warum kann man das nicht direkt mit dem Einreichen der Genehmigungsunterlagen, denn das ist ein ganz klares Signal. Und natürlich mit dem Anzeigen des vorzeitigen Baubeginns, warum kann man das nicht schon so beschleunigen. Vorläufiger Betrieb auch von Neuanlagen, das ist bisher auch noch nicht möglich. Das heißt, wenn die Genehmigungsbehörde noch in dem Prozess des, ich sag jetzt mal, sich Findens und des Prüfens sich befindet, warum soll ich denn, wenn die Anlage nicht schon steht, warum darf ich nicht anfangen? Kann ich doch machen. Wäre durchaus ein probates Mittel. Aktuell gibt es das schon, diesen vorläufigen Betrieb, allerdings nur bei Änderungsverfahren. Könnte man auch auf Neubau ausweiten. Dann haben wir Erörterungstermin für Industrieanlagen abschaffen. Das heißt, wozu brauchen wir das? Aktuell gibt es dazu keine europarechtliche Verpflichtung. Der Antragsteller sollte meines Erachtens selbst entscheiden dürfen, braucht er jetzt diesen Erörterungstermin? Ja oder nein? Denn diese Terminfindung kann sich Wochen hinziehen. Wozu? Braucht keiner. Oder derjenige, der denkt, dass er es braucht, sollte es dann eben als Option haben. Vollständigkeit der Unterlagen. Ich hatte Ihnen eingangs erzählt, die Uhr tickt bei den Behörden, diese drei Monate im vereinfachten Verfahren. Erst dann, wenn die Behörde Ihnen signalisiert hat, alles da, alle Unterlagen sind da. Diese Vollständigkeit der Unterlagen muss meines Erachtens zügig erfolgen. Hier vier Wochen. Und es ist dann unverzüglich eine schriftliche Mitteilung. Es hat unverzüglich eine schriftliche Mitteilung zu erfolgen an den Antragsteller, damit auch tatsächlich diese Vollständigkeit bestätigt ist. Das Einreichen von Unterlagen konkretisieren. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Angabe der Behörde. Welche Antragsunterlagen nachgereicht werden können oder müssen. Das heißt also, man darf einen Genehmigungsantrag einreichen, der womöglich noch ein, zwei Dokumente fehlen. Aber es ist klar, von zwischen beiden Parteien, wann diese Unterlagen nachgereicht werden dürfen. Hilft extrem. Denn es kann ab und zu, wenn wir beschleunigte Verfahren haben, kann das passieren, dass wir nicht sofort alles vorliegen haben. Und das ist ein entscheidender Punkt, wie wir die Möglichkeit haben, nachzureichen, sodass wir hier nicht einen Verzug im Projekt haben. Und damit, ich habe gerade signalisiert bekommen, zwei Minuten, bin ich nämlich auch am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe Sie nicht ganz arg eingeschläfert. Danke. 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 Danke.